Es freut mich, dass wir ein neues Thema in unserer Bibelschule durchnehmen können und das ist das Thema der Haushalterschaft und wir haben heute den Untertitel der Einfluss des Materialismus. Aber bis wir zu diesem Untertitel kommen, wollen wir uns ein bisschen beschäftigen mit den Voraussetzungen einer Haushalterschaft. Ein Haushalter ist ein Verwalter, der das Eigentum eines anderen verwaltet. Das heißt, ein Haushalter kann kein Eigentum, was ihm gehört, verwalten. Jeder, der ein Haushalter ist, kann in seinem Haushalterschaft keinen Besitz haben. Deshalb ist die Geschichte, die wir lesen in der Heiligen Schrift, wir finden übrigens viele Geschichten, alles was Gott geschaffen hat, ist gemacht zu einem Zweck und auch der Mensch wurde gemacht zum Haushalter. Aber damit hat er ja nichts Eigenes zu verwalten, sondern immer nur das, was Gottes ist. Hier in Lukas 14 von Vers 25. Es ging aber viel Volks mit ihm und er wandte sich und sprach zu ihnen. So jemand zu mir kommt und hasstet nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern und auch dazu sein Eigenleben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und wir wissen, dass Jünger und Haushalter letztendlich derselbe beinhaltet. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und sitzt nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er es habe, hinauszuführen? Auf das nicht, wo er den Grund gelegt hat und kann es nicht hinausführen, alle, die es sehen, sagen, an sich fangen an, sein zu spotten und sagen, dieser Mensch, hub an zu bauen und kann es nicht hinausführen. Oder welcher König will sich begeben in einen Streit wieder einen anderen König und sitzt nicht zuvor und ratschlagt, ob er könne mit zehn tausend begegnen dem, der über ihn kommt, mit zwanzigtausend. Wo nicht, so schickt er Botschaft, so schickt er Botschaft, wenn jener noch ferner ist und bittet um Frieden. Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, das er hat, kann nicht mein Jünger sein. So, die Idee des Menschen, wir werden ja sehen, wieso der Mensch überhaupt denkt, er hat etwas. Aber der Grundsatz des Haushaltes ist, er muss sich bewusst sein, dass er immer im Auftrag und mit dem Gut eines anderen umgeht. Ob es mein Leben ist, mein Körper, alle Dinge, meine Mutter, mein Vater, meine Frau, mein Kind, alles ist nicht mein. Deshalb sagt Jesus, hier, und wir werden es ja vielleicht im Laufe der Stunden noch häufiger sehen und verstehen lernen, was Jesus meint mit hassen. Das bedeutet, du nimmst nicht von ihnen, sie sind nicht dein Eigentum. Weil jeder ist in seinem Ehrtum so eingestellt, dass er besitzergreifend ist. Ein Haushalter hat kein Besitz, hat kein Eigentum. Deshalb sagt Jesus so, also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, das er hat, kann nicht mein Jünger sein. Jesus möchte klar machen, da ist eine große Volksmenge, die ihm nachgeht. Und er dreht sich um und sagt, wisst ihr, was ihr tut? Weshalb folgt ihr mir denn? Wisst ihr, wozu ich euch gerufen habe? Und möchte ich den klar machen? Habt ihr die Kosten berechnet? Wenn ihr mir wirklich nachfolgen wollt, dann müsst ihr euch klar machen, dass ihr nichts besitzt und auf alles, was ihr meint, euch gehört, und verzichtet. Angefangen von Vater, von Mutter bis hin zum eigenen Leben und zu allem Gut, das der Mensch denkt, sein ist. So, nicht gerade einladend, oder? Da folgt diese Menge Jesus und Jesus sagt, habt ihr auch berechnet, ob ihr die Kosten tragen könnt? Seid ihr euch bewusst, was es bedeutet, Haushalter zu sein, Jünger zu sein und mir nachzufolgen? Hast du berechnet? Willst du wirklich ihm nachfolgen? Willst du ein guter Haushalter erfunden werden? Ich schon. So, was ist eine zweite Voraussetzung für eine Haushalterschaft? Man muss die Fähigkeit haben, die Aufgabe auszufüllen. Das ist wichtig und man muss die Fähigkeit zur Verantwortung gegenüber dem Eigentümer haben. So als Haushalter hat man kein Eigentum, man verwaltet das Eigentum des Anderen. Man kann die Aufgabe ausführen, weil man ausgestattet wurde mit den Fähigkeiten und man muss Verantwortung geben, wie man mit den Mitteln, die einem nicht gehören, umgegangen ist. Weil sie gehören ja mir nicht. So, schauen uns nochmal die Grundlagen der Schöpfung an. Wir wissen, dass alles, was geschaffen wurde von Gott zu einem Zweck, zu einem Grund gemacht wurde. Das ist die Struktur, das ist das Bild, das auch steht für den Menschen. Diese Dinge müssen etwas vollbringen und dafür brauchen sie ein Mittel, damit sie funktionieren können, um ihren Zweck zu erfüllen. Festgelegt wurde auch eine Bedürfnisquelle für die Schöpfung, weil das Geschöpf muss nehmen, um zu geben, damit es den Zweck erfüllt. Und diese Dinge sind alle vom Schöpfer festgelegt, unveränderbare Eigenschaften. Schauen wir das in einem einfachen Bild mit der Uhr an. Die Uhr hat einen Zweck, oder? Sie ist nicht gemacht ohne Grund. Und der Grund ist, sie soll die Uhrzeit anzeigen. Dafür aber muss sie funktionieren. Aber sie kann nicht funktionieren, ohne dass die Bedürfnisquelle, hier die Batterie, ihr das gibt, was sie braucht. So, Funktion und Zweckerfüllung sind untrennbare Einheiten. Die Uhr kann nie anzeigen, die Uhrzeit funktioniert sie nicht. Das heißt, wir haben das Leben bekommen und ohne dass wir Leben und die Mittel fürs Leben nutzen, können wir den Zweck nicht erfüllen. Ein Toter kann einen Zweck nicht erfüllen, zu dem er gemacht ist. So, wir müssen funktionieren und müssen auch verstehen, dass Funktion und Zweckerfüllung nicht trennbar sind. Wer nicht lebt, kann es nicht erfüllen. So, Adams und Evas Schöpfungszweck waren Haushalter der Erde. Gott hat sie dahingetan auf dieser Erde, damit sie einen Zweck haben. Der Zweck ist das Leben auf der Erde erhalten. Der Adam war das einzige Bindeglied dieser ganzen Erde zu Gott. So baut Gott Kreise auf. Wir wissen, dass alle Gesetze immer ein Kreislauf sind und dieser Kreislauf sollte in Gott beginnen, aber für die Erde im Menschen, der das einzige Bindeglied an Gott war. Das Mittel war natürlich die Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit und so weiter. Gott ist die Quelle dafür und der Mensch sollte von Gott nehmen. Das ist das Bindeglied. Das war der Beginn eines Kreislaufs, wo er nimmt, um zu geben und die Tiere nehmen von ihm, die Pflanzen nehmen von den Tieren und dann wird eine Frucht entstehen und all das kommt zum Menschen zurück und wird als Frucht über den Menschen wieder in den Kreislauf zurückgegeben, dort wo alles herkommt. Das ist Haushalter. Und ihr werdet, ihr seht schon in dieser Gesetzmäßigkeit, hat jedes, wenn ich immer nehmen muss, um zu geben, dann kann ich ja nie etwas nehmen, was von mir kommt. Deshalb ist die Idee des Besitzes, des Eigentums im ganzen Geschöpf gar nicht existent. Dass der Mensch Eigentum beansprucht, ist ad absurdum, ist nicht nachvollziehbar, ist nicht erklärbar. Wieso macht er sich zum Eigentümer der Erde? Wieso macht er sich zum Eigentümer seines Lebens? Wenn doch im Gesetz immer nur alles, was Gott gemacht hat, ein Kanal sein, im Kreislauf hat jeder seinen Platz. Er nimmt nie das eine, aber dadurch, dass er es umsetzt, lebt er und erfüllt seinen Lebenszweck. So, schauen wir uns das Geschöpf Mensch an, weil wir wollen ja sehen, wo seine Fähigkeiten herkommen, damit er ein Verwalter und Haushalter sein kann. Gott schafft den Menschen aus Erde. Er formt einen Leib und er bläst ihm den Lebenshauch ein. Daraus entsteht die lebendige Seele. Die entsteht aus Erde, entsteht dafür ein hochkomplexer Körper und auch dem Lebenshauch entsteht dafür ein noch komplexerer Geist. Und die sind natürlich abhängige Elemente. Der Körper braucht Chemie, Sauerstoff, Nahrung, Wasser und so weiter. Und er braucht Elektrizität, elektrischen Strom, mit dem er funktioniert, mit dem ich mich befähige. Das soll dann der Geist tun, indem er die Liebe nimmt, Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrheit, Sicherheit, Frieden, Wohlbefinden, Erkenntnis, Freude und so weiter, damit er diese Dinge erfüllt und damit dem Körper die richtigen Strom macht. Deshalb, wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind, dann ist der Geist zufrieden und der Körper ist gesund. Der Körpers Gesundheit ist abhängig von dem, was er chemisch ihm gibt und von dem, was der Geist ihm durch die Impulse, die elektrischen Impulse, die er ihm macht durch sein Denken gibt. So ist der Körper ein schönes Bild für die Befriedigung auch des Geistes, des Geistes, des Menschen. So, jetzt haben wir einen Menschen, der hat zwei Elemente. Er ist eine Seele, er besteht aus Geist und Körper. Und ganz wichtig, dass wir wissen, wie der Mensch aufgebaut ist, dass wir auch sehen, was ist das, was ihn zum Haushalter macht. So, er ist also eine Seele, an der Hirnrinde verbindet sich der Geist mit dem Körper und somit bilden sie eine Einheit. Und der Geist kann immer nur selber handeln, der Körper gehorcht befehlen. Der Geist kann nie gezwungen werden, etwas zu tun. Der Körper kann gezungen werden. Er tut nur auf Befehl alles. Der Geist kann denken, fühlen, sehen, riechen, schmecken, hören, entscheiden. Der Körper hat keine geistigen Fähigkeiten. Denken, fühlen, entscheiden gibt es im Hirn nicht. Der Geist kann den Körper in Bewegung setzen, nur er kann das tun. Wenn der Mensch tot ist, ist der Geist nicht mehr da. So bewegt sich der Körper null, weil der Körper keine Fähigkeit hat, sich zu bewegen. Nur der Geist kann mit Menschen und Gott und auch mit Tieren eine Beziehung haben. Der Körper kann nur Informationen aufnehmen, speichern und weiterleiten. So, wo liegt die Fähigkeit des Menschen in der Haushalterschaft? Ganz klar in der Fähigkeit seines Geistes. So, was ist notwendig? Was muss der Geist? Der Geist des Menschen können in Verbindung zum Hirn, zum Körper, damit er seinen Auftrag erfüllt? Er ist gemacht zur Selbststeuerung. Der Geist des Menschen, der Mensch ist so gebaut, dass nur er sich selbst steuern kann. Gott hat ihn nie gebaut, um ihn zu steuern. Sonst wäre er ja ein Roboter, auf den Gott Knöpfe drückt und der Mensch tut es. Nein, der Mensch wurde nach dem Bilde Gottes gemacht und wie Gott sich selbst steuert, soll auch der Mensch sich selbst steuern und kann nur existieren durch Selbststeuerung. Das setzt voraus eine Denkfähigkeit. Das setzt voraus eine Unterscheidungsfähigkeit. Das setzt voraus eine Entscheidungsfähigkeit. Und vielleicht noch mehr, aber ich habe jetzt diese drei grundsätzlichen Sachen. Zur Selbststeuerung gehört Denkfähigkeit, Unterscheidungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit. Dann muss der Geist des Menschen eine Moral haben und er muss in der Lage sein, Verantwortung zu tragen für das, was er tut. Das heisst, er steuert sich selbst, er hat aber einen Auftrag bekommen, als Haushalter zu sein. Da ist eine moralische Verpflichtung und er muss verantworten das, was er tut. Weil er steuert sich zwar selbst, aber die Mittel, die er benutzt zur Steuerung, sind nicht seine Mittel. Und das, wozu er gemacht ist, ist nicht für sich selbst, ist er gemacht, sondern um den Zweck zu erfüllen, ein Haushalter der Erde zu sein. So, und jetzt wollen wir ein wenig steuern. Wenn ich schauen, wie der Mensch sich selbst steuert. Wie habe ich entdeckt, dass der Mensch sich immer selber steuert? Wie? Wo ist der Schlüssel dieses Verständnisses? Als Arzt, als ich anfing zu fragen, die Patienten nach ihren Geschichten, um herauszufinden, warum sie krank wurden, bin ich in der Voraussetzung ausgegangen, dass die Krankheiten unterschiedliche Ursachen haben. So ist der Tinnitus, hat eine andere Ursache wie der Schwindel und die Halsschmerzen haben eine andere Ursache wie die anderen Krankheiten. Und so habe ich gesagt, ich muss diese Leute, die alle dasselbe haben, in eine Gruppe tun, um zu sehen, wie sie funktionieren. Oder was ist der Grund ihrer Krankheit? Und ich habe in jeder Gruppe nach dem gemeinsamen Nenner gesucht. Und ich war erstaunt. Viele Geschichten waren ähnlich in den unterschiedlichen Gruppen. Aber Ende 2007, ich habe 2004 angefangen in meiner Praxis, Ende 2007 habe ich erkannt, dass an der Basis einer jeden Gruppe, ganz egal, was der Patient hatte, wenn es um sein Denken ging, es nur einen Grundgedanken hatte. Ein einziger Gedanke steht an der Basis allen Denkens des Menschen. Und das hat mich erstaunt. Ich habe gesagt, kann das sein, dass alle Menschen werden nur aus einem einzigen Gedanken der Funktion, dass sie sich steuern aus einem einzigen Gedanken? Und habe ich gesehen, weil ja die Krankheit aus einem negativen Denken kommt, dass es immer derselbe Gedanke des Verlusts war. Es ist der Verlust, der den Menschen in die Not bringt. Ohne Verlust kann man kein Tinnitus, kein Schwindel, keine Halsschmerzen bekommen, wenn es vom Geist kommt. Man kann natürlich geschlagen werden, dann hat man Halsschmerzen oder sich verbrennen mit irgendwas anderem. Wir sind ja körperlich nicht nur vom Geist abhängig, sondern auch von unserer Umwelt. Aber ich meine jetzt, wenn man jetzt Halsschmerzen hat, die immer wieder kommen, die nicht auf eine äußere Einwirkung im physischen Bereich liegen, dann ist es immer der Verlustgedanke, der das macht. Der Schwindel, der Tinnitus, der Krebs, was auch immer wir haben, er kommt aus dem Verlustgedanken. Und so habe ich dann nach weiteren vier Monaten erkannt, dass der Mensch alle Eindrücke, die auf ihn einkommen, alles, was auf ihn zukommt, er nur in drei Bereiche sortiert. So, hier ist der Körper, wir wissen die Hirnrinde, und hier ist der Geist darüber. Und der Geist hat ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Und jetzt haben wir fünf Sinne. Wir haben Augen, wir haben Ohren, wir haben einen Körper und wir haben eine Nase und eine Zunge. Und die sind alle verbunden mit der Hirnrinde und bringen dem Geist eine Information. Und diese Information, die sie dem Geist bringen, muss der Geist sortieren. Und er kann sie nur hinein sortieren in drei Bereiche. Gewinn, Indifferenz, das heißt, es geht ihm nichts an, oder Verlust. Das heißt, ganz egal, was der Mensch hört, sieht, riecht, schmeckt, er muss das herunterdestillieren. Herunter, ich weiß ja nicht, wie ich das am besten erklären soll, dass es nur entweder Gewinn oder Verlust oder betrifft mich nicht. Das ist Indifferenz, betrifft mich nicht. Das ist die Nulllinie. Das ist Plus, das ist Minus und die Indifferenz ist die Nulllinie. Es betrifft mich nicht. So, das heißt, alles, was ich sehe, tue ich entweder in Gewinn, geht mich nicht an, oder in Verlust. Entweder Gewinn, Indifferenz oder Verlust, was ich höre. Alles, was ich fühle, muss ich, ah, ist das ein Gewinn, ist das Hunger Gewinn? Dann werde ich nicht essen. Ist Hunger ein Verlust? Dann werde ich sagen, okay, da muss ich jetzt raus. Bin ich nicht hungrig und jemand bietet mir was an, sage ich, jetzt bin ich denn, ja, dann betrifft es mich auch nicht. So, dann die Nase, muss riechen, muss sagen, es ist ein Gewinn oder es ist ein Verlust oder naja, weder noch. Genau dasselbe mit dem Schmecken, Gewinn, Indifferenz oder Verlust. Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen. Alles, was der Mensch erfährt, muss er in diese drei Bereiche unterbringen. Natürlich ist der Indifferenzbereich wahrscheinlich der am wenigsten, ja, der uns in Not bringt, weil da haben wir ja keine Not. So ist Gewinn und Verlust. Das, was wir verstehen müssen. Jetzt müssen wir begreifen, dass Gott uns so gemacht hat, dass alle unsere Entscheidungen nur Ja und Nein sein können. Weil der Körper, man kann dem Körper keinen Strom machen, außer durch eine Spannung, die man erzeugt und die tut der Geist durch eine Entscheidung. Jetzt muss ich wissen, Gott hat uns so gemacht, dass wir immer dem Gewinn nachstreben müssen. Das ist keine Wahl. Das ist alles, was im Unterbewusstsein ist, ist nicht Wahlmöglichkeit. Das ist alles festgelegt. Das ist Funktion vom Schöpfer. Deshalb habe ich gesehen, dass alle Menschen immer gleich denselben Funktionsgedanken haben. Kein anderer Mensch hat einen anderen Funktionsgedanken außer Verlust und Gewinn. Jeder hat nur diese drei Bereiche, wo er alles, was er erfährt, runterdestilliert. Dabei ist aber festgelegt, ich muss zum Gewinn und dann entscheide ich mit Ja. Da entsteht der Strom, dann handle ich, weil Ja ist ein Gewinn. Ich kann nur Ja sagen zum Gewinn. Und dann hat mich Gott so gemacht, dass wir Verlust unbedingt vermeiden müssen. Dafür hat er uns ein Nein gegeben. So, dieses Modell verstehend, wie wir in unserem Unterbewusstsein oder Herzen funktionieren, ist entscheidend, dass wir verstehen, warum der Mensch nach Gewinn strebt. Und der Materialismus ist ja nichts anderes als ein Erstreben nach materiellem Gewinn. Was ist falsch daran? Was ist falsch, an einem Gewinn zu erstreben? Gar nichts. Gott hat uns so gemacht, dass wir gewinnbringend handeln. Da gibt es dieses Gleichnis, wo Jesus erzählt mit den Haushaltern, mit seinen Knechten und er gibt jedem einen Groschen oder ein Talent. Und dann geht er weg und lässt sie verwalten, bis er zurückkommt. Und dann hat einer aus einem Talent, aus einem Groschen, aus einem Penny oder aus einem Euro, was auch immer man innehmen will, zehn daraus erwirtschaftet. Das ist ein Gewinn. Das sieht ja nach materiellem Gewinn aus, oder? Und wir können häufig nur den geistigen Gewinn an dem materiellen Gewinn messen. So, er hat also materiellen Gewinn erbracht und Jesus lobt und sagt, oh, du bist ein treuer Knecht. Genauso habe ich dich gewollt. Du solltest Gewinn streben für deinen Herrn. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Jetzt kommt der zweite Knecht und er hat aus einem Euro zwei gemacht. Und der Besitzer des einen Euros, der ihm gegeben hat, sagt seinem Haushalter, wunderbar, du hast Gewinn erzielt. Das ist das, wofür du gemacht wurdest. Dass du mit dem, was dir gegeben ist, du vermehrst. Es muss haushalterschaftlich Gewinn bringen. Gott setzt keinen Haushalter ein, der im Verlust machen soll. Gott setzt nur Haushalte ein, die ständig nach vorne den Gewinn erzielen. Anders geht es nicht. Deshalb hat uns Gott so gemacht. Und jetzt kommt der dritte Knecht, der hat dasselbe bekommen wie die anderen. Dieselbe Verwaltungsarbeit. Aber der tut seinen Euro, sein Talent in ein Schweißtuch rein und vergräbt es und sagt, naja, wenn er zurückkommt, dass ich es habe im Geben. Und dann sagt der Haushalter, der Eigentümer des Euros, sagt er, du bist ja mein untreuer Knecht. Wieso? Hast du ihn nicht zumindest zur Bank gebracht? Oder den Wechselern? Hättest du ein bisschen ein Geschäft gemacht? So hätte es doch zumindest Zinsen gebracht in dieser Zeit. Und es hätte einen Gewinn erbracht in dieser Sache. Und dieser Haushalter wird nicht gelobt, sondern ihm wird der Euro weggenommen und er wird dem gegeben, der zehn hat, weil er sagt, der wird aus diesem noch mal zehn machen. So deshalb. Und er wird hinausgeworfen. Er wird vorgelegt. Das ist ein Gleichnis, das die Haushalterschaft erklärt. Ein Haushalter muss seinem Herrn Gewinn erbringen. Ist das nicht auch so heute auf der Welt? Jeder Arbeitgeber holt sich einen Arbeitnehmer, damit er ihm Verlust macht oder weder Gewinn noch Verlust oder dass er ihm Gewinn bringt. Es ist unmöglich. Jeder, jeder Haushalter, jeder Arbeitgeber holt sich einen Arbeitnehmer, der ihm Gewinn bringen soll. Das ist ein Grundsatz. Da ist nichts Egoistisches und nichts Böses dran. Als Gott Adam die Haushalterschaft dieser Erde gab, wollte er, hat er gesagt, mehret euch und füllet die Erde. Und das alles war abhängig von seinem Vermehrung, war abhängig die Vermehrung der Bäume, war abhängig die Vermehrung der Tiere. Alles hing an Adam. Er sollte für seinen Herrn die Vermehrung fortführen. Er sollte Gewinn bringen. Es sollte aus einem Menschen viele Menschen werden. Es sollten aus Tieren viele Tiere werden. So, das heißt, Gott hatte den Menschen gemacht, damit er Gewinn bringt. Weil nur im Gewinn ist die Befriedigung. Nur zudem hat er uns ein Ja gegeben und zum Verlust ein Nein. Und wir werden in der nächsten Stunde sehen, wieso Adam und Eva bei dieser Berechnung durcheinander kommen. Auf jeden Fall ist das Streben nach Gewinn nie etwas Falsches. Es kann nicht einmal falsch sein. Es ist nicht mal eine Wahl. Wir müssen nach Gewinn gehen. Derjenige, der nach Gewinn strebt, strebt nach dem, wie ihn Gott gemacht hat. Wo liegt dann der Haken an der ganzen Sache? Wieso ist dann der Materialismus und das Haben so schlimm? Lasst uns das betrachten. An der Konstruktion kann es nicht sein. Weil die Konstruktion kann nur so funktionieren, wie Gott sie gemacht hat. Die wird niemand ändern. Alle Entscheidungen des Menschen sind nur Ja und Nein. Und er hat ein Ja für Gewinn und er hat ein Nein für Verlust. Und natürlich hat er auch ein Nein für Indifferenz. Das interessiert ihn ja gar nicht. So, schauen wir uns ein bisschen detaillierter das an, wenn wir also nur in Gewinn, Indifferenz und Verlust eingeteilt sind. Was ist individuell bei Menschen und was ist bei allen gleich? Und jetzt, wir nehmen zuerst das, was individuell ist. Das Was und das Wie viel ist individuell. Das heißt, der eine liebt Honig mehr wie, wie soll ich sagen, Sirup, Agaven-Sirup, irgendetwas Gesundes. Der andere liebt, ich weiß nicht, diese Sportart oder andere. Das heißt, das Was ist individuell unterschiedlich. Wir haben aber auch das Was in unseren Bedürfnissen hineingelegt. Das heißt, wir wollen alle Gerechtigkeit, Freiheit, Sicherheit. So, da haben wir auch sehr vieles gleich. Auch im Was haben wir sehr vieles gleich. Nur in so manchen Details unterscheiden wir uns. Auch wie jemand wie viel berechnet. Der eine wird in einem Euro viel sehen. Der andere wird in einem Euro nichts sehen. Der eine sieht in einer Ohrfeige die größte Beleidigung seines Lebens und der andere sagt, naja, war nur ein kleiner Streich. In der Faust hätte mehr wehgetan. So, das heißt, das Wie viel ist individuell. Wie viel jemand das wertet, wie viel jemand das andere wertet, ist nicht festgelegt. Das hat Gott dem Geist die völlige Freiheit gegeben. Ist individuell unterschiedlich. Was aber nicht sozusagen frei ist oder was absolut sicher ist, ist das Wie. Das Wie ist bei allen Menschen gleich. Das heißt, wie komme ich zum Gewinn oder wie komme ich zum Verlustvermeidung. Wie sage ich ja und nein. Das ist festgelegt vom Gesetz festgelegt, vom Gesetzgeber. So, wir wollen uns nicht mit dem, was individuell unterschiedlich ist, beschäftigen, sondern mit dem, was für alle Menschen gleich ist, nämlich das Wie. Wie kommt ein Mensch zum Gewinn und wie kommt er zum Verlust. Deshalb hat Gott gesagt, Gewinn kommst du, wenn du gibst. Wenn du gibst. Ihr seht, der eine Haushalter hat seinen Euro in ein Schweißtuch und es ist bezeichnend, wenn die Bibel sagt, ein Schweißtuch. Deshalb hat die Arbeit niedergelegt. Wer sein Schweißtuch vergräbt mit seinem Talent, das Gott ihm gegeben hat, der hat nicht verstanden, wozu er das Schweißtuch braucht. Das Schweißtuch ist doch nicht, um das Talent und das Mittel, das dir Gott gibt, einzuwickeln und zu graben, sondern das Schweißtuch ist da, um das Talent, was dir Gott gegeben hat, zu benutzen, indem du etwas tust damit. Man kann nie gewinnen. Gibt man nichts. Ja? Geben ist immer Gewinn. Das hat Gott festgelegt. Und was ist Verlust? Das ist natürlich das Gegenteil. Es ist nicht geben oder behalten. Das ist Verlust. Das Wie ich zum Gewinn komme und wie ich zum Verlust komme, ist festgelegt. Durch meine Taten komme ich sowohl zum Gewinn als auch zum Verlust. Gebe ich das, was ich vorher genommen habe, kann ich nie Verlust haben. Jesus sagt diesem Knecht, hättest du es doch den Wechselern gegeben, hättest du damit was getan, wäre es doch gewinnbringend gewesen. So geben ist Gewinn. Wir haben nichts von uns selbst. Deshalb ist Geben das Reichen des Schatzes. Da ist der reiche Jüngling, eines der Gleichnisse oder der Ereignisse aus dem Leben Jesu, die mich am meisten fasziniert. Da ist dieser reiche Mann, der ist ein religiöser Mensch und in seinem Herzen kommt er zu Jesus, weil er hat gemerkt, irgendwas fehlt ihm. Und dann sagt Jesus, sagt er, was soll ich tun, um erlöst zu werden, ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagt, halte das Gebot, weil das Wie ist vom Gesetz festgelegt. Und dann sagt er, ja, welche Gesetze? Und Jesus sagt ihm, die fünf Gesetze oder die Tafel mit dem geben, sagt er ihm. Und dann sagt der Mann, aber die habe ich doch gehaltet von Ketow. Da müsste ich doch fertig sein für den Himmel. Und jetzt bringt ihn Jesus in die Realität des praktischen Lebens und sagt, gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen, damit du einen Schatz im Himmel hast, damit du reich wirst. Im Himmel, nicht hier. Aber der Reichtum des Himmels ist, wenn du das, was du jetzt hast, gibst. Nur David kannst du reich werden. Du kannst nur reich werden, ihm geben. Einen Schatz kannst du dir nur ergattern und bringen, wenn du gibst. Aber der Mann konnte nicht geben. Weil er im Irrtum seines Herzens verfangen war und dachte, es ist sein Eigentum. Er war kein Haushalter in der Realität. Er war sich selbst der Haushalter. Er dachte, ich verwalte mein eigenes Gut. Und Jesus sagt ihm, willst du einen Schatz haben, willst du im Himmel angenommen, dann musst du das Gut, das dir Gott gegeben hat, weitergeben. Und dann bist du reich. Dann hast du Gewinn erzielt. Dann hast du ewiges Leben. Aber der reiche Jüngling versteht es nicht. Oder er versteht es. Aber er ist nicht bereit, alles zu geben. Haben wir nicht hier gelesen? Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt, allem, das er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, ich muss wissen, Gewinn ist alles geben. Die Menschen versuchen sich zu, wie soll ich sagen, zu schützen, sich zu präservieren, sich zu erhalten. Das ist nicht das Gesetz des Himmels. Das ist nicht das Gesetz des Lebens. Auf dieser Erde lebt jeder im Geben. Es gibt nichts, was etwas für sich behält. Der Gewinn der Tomate ist im Tomaten machen, in viele Tomaten machen. So, geben ist Gewinn. Das ist vom Schöpfer, das Wie ist vom Schöpfer festgelegt, kann nie verändert werden. Gewinn ist geben. Und der reiche Jüngling wäre sehr reich geworden, hätte er alles gegeben. Er hätte aber nichts von sich gegeben. Die drei Diener in dem Gleichnis Jesu, das ich davor erwähnte, hatten dieselben Mittel bekommen. Jeder gleich. Aber jeder hat sie vermehrt, indem er sie gegeben hat. Weil nur wenn wir etwas geben, können wir gewinnen. Das, was wir behalten, das ist unser Tod, das ist unser Verlust. Deshalb ist der reiche Jüngling, hat er alles verloren, weil er an seinem Hab und Gut festhielt. Und so wird es jedem geben, jedem gehen, der an irgendeinem kleinen Gut festhält, auch wenn es nur sein Leben ist. Elia, der große Mann der Heiligen Schrift, fiel in seinem Herzen, weil er Angst hatte, sein Leben zu geben. Weil er Angst hatte, die Isabel wird ihm das Leben nehmen. Der Petrus verleugnet den Heiland, weil er Angst hat, dass ihm etwas weggenommen wird. Er will sein behalten. Nein, lasst es uns geben. Und dann ist es erhalten. Dann bringt es Gewinn. Diese Definition von Gewinn und Verlust ist natürlich unserem heutigen Denken nicht geläufig. Es ist umgekehrt, weil wir kommen auf diese Welt natürlich von einem Sündenfall verändert. Und wir werden das in den Stunden betrachten. Wir leben im Bekommen ist Gewinn. Und weil wir im Gekommen Gewinn sehen, sehen wir im Nichtbekommen den Verlust und ihm etwas weggenommen bekommen den Verlust. Deshalb geben wir zwar, aber immer um zu bekommen. Das Ziel aller Handlungen ist nicht der Gewinn im Geben. Das Ziel aller unserer Handlungen ist Bekommen. Das ist das Negative am Materialismus, an der Habsucht. Weil sie sucht, etwas immer zu bekommen. Bekommen, bekommen, bekommen. Jetzt schauen wir uns nochmal die Details, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Was sind sein Zweck? Hier ist der Mensch und er wurde zum Zweck mit einem Grund gemacht, der Schöpfung. Der Grund ist festgelegt, die Erhaltung des Lebens auf der Erde. Die Verwaltung, Haushalterschaft. Er bekommt etwas gegeben, was nicht ihm gehört. Aber er muss es umsetzen, dass es Gewinn bringt. Sein eigenes Handeln ist dafür erforderlich. Welche sind die Bedürfnisse, die Mittel, die der Schöpfer uns zur Verfügung gesetzt hat, damit wir sowohl unsere Funktion als auch unseren Zweck erfüllen. Da ist Liebe, Gerechtigkeit, die geistigen Bedürfnisse. Da sind die Nahrungsmittel, Wasser, Luft und so weiter. Da sind die Werkzeuge, die materiellen Mittel, die uns zur Verfügung gestellt hat. Die Beziehungen. Der Adam bekommt die Eva als Mittel, damit sie Kinder haben und damit sie das Ziel der Vermehrung und des Zweckes erfüllen. Appetit, Leidenschaft, Sexualität und das Leben selbst ist ja ein Mittel, um den Zweck zu erfüllen. Woher kommen alle diese Mittel? Aus der Bedürfnisquelle Gott, der Schöpfer aller Wesen und Mittel. Das ist klar. Jetzt wo ist der Haken? Wenn Gewinn bekommen ist, wird aus einem Mittel ein Zweck. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Das ist auch die Essenz des Materialismus und die Essenz aller unserer Habsucht. Liebe und Gerechtigkeit ist ein Mittel, das wir anwenden sollen. Wir haben jetzt daraus einen Zweck gemacht, weil wir sagen, wir wollen gerecht behandelt werden, wir wollen liebevoll behandelt werden. Wir nehmen Essen und Trinken nicht mehr als ein Mittel, obwohl es ja nur ein Mittel ist, um zu arbeiten. Der Mensch sieht im Essen und Trinken die Befriedigung seines Zwecks. Die Werkzeuge, die materiellen Mittel, die uns Gott gegeben hat, werden genutzt, um sich selbst gut anzuhäufen, weil man denkt, die Mittel sind mein Zweck. Der Mensch will ein Auto, will ein Haus. Und wenn ein Auto ein Haus hat, denkt er hat seinen Zweck und seinen Grund dafür, das Ziel reicht. Aber ein Haus und ein Auto und alles andere sind nur Mittel, kein Zweck. Der Mensch sieht seine Beziehungen zu seinem Partner oder zu anderen Menschen, auch die Beziehung zu Gott, als ein Zweck. Er denkt, wenn er kein Kind hat, wird er kaputt. Er denkt, wenn er keinen Partner hat, dann geht es ihm schlecht, weil er in der Beziehung seinen Zweck sieht. Er sieht nicht, dass die Beziehung nicht Zweck sein kann, nur ein Mittel sein kann, für den Zweck zu erfüllen. Aber der Zweck zu erfüllen ist, Haushalter Gottes zu sein, nicht eigener. Gott hat zwar in uns hineingelegt, den Wunsch nach einem Kind, die Appetit, die Leidenschaft, die Sexualität, aber das sind alles Mittel, die hat er uns gegeben, dass es uns erfreut, dass wir den Zweck erfüllen, wozu wir da sind. Wir wollen doch keine Kinder für uns, sondern wir wollen doch Kinder für den Herrn. Wir wollen doch keine Mittel haben, dass es uns gut geht, sondern damit wir anderen damit helfen. Wir wollen doch unseren Appetit nicht haben für uns, sondern wir wollen ihn nutzen, um appetitliche Dinge zu machen, die auch anderen schmecken. Wir wollen unsere Sexualität doch nicht ausleben um unser Willen, sondern zugunsten des Anderen, weil es ist ja nur ein Mittel, kein Zweck. Auch das Leben selbst, denken wir, ist ein Zweck geworden. Deshalb spricht die ganze Welt von Überleben. Aber es geht nicht um Überleben, es geht um Erfüllung des Zweckes. Die Menschen sind unglücklich, weil sie ihren Zweck nicht erreichen, weil sie versuchen, den Zweck zu erreichen, indem sie behalten, indem sie sammeln. In manchen Häusern ist das ganze Haus voll, wenn man sammelt und sammelt, wenn man denkt, darin liegt der Grund des Lebens. Habe ich nichts, dann habe ich meinen Zweck nicht erfüllt. Im Festhalten sieht der Mensch, da ist die Habsucht, da ist der Material. Ich will Dinge festhalten. Das ist das Problem des Menschen. Wenn Gewinn bekommen ist, wird aus einem Mittel ein Zweck, dann kann der Zweck nie erfüllt werden. Und damit muss der Mensch unglücklich bleiben, sein Leben lang. Er muss leiden, weil die Erfüllung unseres Herzens, wir sind nur dann erfüllt, wenn wir geben. Wenn wir da sind für die anderen, wenn wir alle diese Dinge, alle diese Mittel nutzen, um sie zu geben, nicht zu behalten, nicht zu sammeln, nicht festzuhalten. Wir haben sie, um sie zu geben. Hier ist das große Problem des Menschen. Hier ist sein Unglück vorprogrammiert. Eines der größten Dinge ist, dass der Mensch seine Beziehungen als ein Zweck ansieht. Er sieht das Kind, der Beziehung zum Kind als Zweck. Er sieht es als Sinn seines Lebens. Er sieht nicht den Sinn in der Erfüllung des Auftrags, den ihm Gott gegeben hat, sondern indem er etwas für sich sammelt. Indem er etwas behält. Indem er etwas ergreift. Indem er denkt, es ist sein. Jesus sagt so schön, Lukas 14, 33, also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absaget allem, das er hat, kann nicht, mein Jünger, sein. Das heißt, alles, was wir haben, wissen wir, gehört uns nicht. Deshalb werden wir es nicht behalten. Wir werden es nicht sammeln. Und wir werden es nicht festhalten, wenn es uns jemand wegnimmt. Weil wir haben es ja eh nur, um es umzusetzen, damit Gottes Reich wächst, damit Gott Gewinn hat, damit alles immer in Richtung Gewinn strebt. Weil alles muss in Richtung Gewinn streben. Aber wenn Bekommen Gewinn ist, strebt alles zum Verlust hin. So, lasst uns diesen Grundsatz verstehen. Er ist wichtig und es ist entscheidend. Wir werden darauf zurückkommen in den Stunden. Wir wollen Haushalte werten, die sich nicht verirren, wo der Gewinn zu erzielen ist. Wir müssen gewinnen. Ich will reich sein und du auch. Wir wollen alle reich sein. Und wir werden reich sein in dem Umsetzen der Mittel Gottes zu dem Zweck, wozu er uns gemacht hat. Und dann werden wir eines Tages die Worte hören, gut gemacht. Diener, du hast aus dem Wenigen, was ich dir gegeben habe, Großes gemacht. Also geh ein zu deines Herrn Freude. Amen. Amen. Vielen Dank.